recht herzlich willkommen auf meinem kanal mein name ist das reiter wir sind in folge 283 von simotrans und wir haben hier unten ganz viele autos im stau sozusagen zwei davon haben wir ja eigentlich eben noch offen gehabt aber nicht eben sondern in der letzten folge radorf zelt adenau die linie können wir löschen waren die da drauf nein die war nicht radorf das war eine andere linie das war irgendwie best oder so was ne stadtbus glaube oder oder mal rein radorfzell land ok radorfzell west postkutsche und dingens die beiden waren das hier die haben wir aber auch schon darauf das ist jetzt beim neuladen natürlich zugegangen ist klar und da müssen abwarten bis die darunter geflogen sind ok aber wir müssen gucken dass wir hier diesen ellen langen stau irgendwie los werden falsche taste ist nicht richtig hier also diesen kreisverkehr mal animiert ja da fahren sie auch jetzt besser weil wir dieses einwand straßen schild hier glaube weggenommen haben vielleicht ideal ist das alles hier nicht würde ich sagen ich war ja schon überlegen dass hier noch irgendwie durchzumachen aber schön wäre das nicht kann man hier was ändern dass die frage eigentlich eher nicht weil die bushaltestellen halt so sind und bei der bus haltestelle dauert es halt ist die fahrzeuge da der dreht er jetzt hier direkt um das war auch gesehen jetzt wird da um und deswegen stehen die da noch länger auch jetzt ist der bus weg jetzt kann erst der postwagen weiterfahren und ja der hat sogar zwei da stehen jetzt kommt wieder einer okay der postwagen hat hier auch noch gedreht glaube das ist da ganz schön kompliziert na wo ist denn hier die zwei ach so weil das ist ja ganz viel hier da ist ja auch einer vielleicht sollte man die nicht hier stehen lassen weil das ist ja auch die gleiche haltestelle na vielleicht sollte man hier was entzehren und auch mal hier einstehen lassen oder dafür müssten wir mal die verbindung checken alle verbindungen gehen ja sowieso hier hin dann ord auf zell linienstraße die sind alle da ne einfügen und setzen dahin mit 52 löschen wir dann raus da machen wir auch einfügen machen den auch dahin 52 löschen wir raus da machen wir auch wieder ein einfügen dahin und in 52 löschen wir raus jetzt fährt der schon mal woanders hin oder die beiden ich hoffe dass die dahin fahren vielleicht ist es dadurch besser das war eins die sind da genauso unterwegs haben wir da noch einen der diese machen wir auf jeden fall dann auch noch ich will sie jetzt nicht alle ändern und die 52 muss da weg so jetzt halten die auf jeden fall da an dann ist es vielleicht ein bisschen entzehrt alle darüber zu machen wäre ja auch nicht so der hit die beiden die sind ja sowieso irgendwann weg rathaus bahnhof also auch noch mal checken so ja haben wir offen oder auch nicht so jetzt ist es da ist nicht da jetzt ein fahrzeug gewesen ist auch nicht da ist wieder ein fahrzeug gewesen da kommen dann immer hier mal die stelle das ist nicht richtig wo habe ich denn er hat ein postwagen ist schon mal weg der steht da jetzt mal im stau super warum fahren die jetzt nicht also hier muss es weitergehen alles klar ist ein bisschen komplizierter hier oder was würde uns helfen eine straßenbahn würde uns hier helfen oder klar da sollte man darüber nachdenken kommen das ist doch mal eine alternative oder wo sie straßenbahn 50 kmh geht das dann auch andersrum nee irgendwas ist falsch hierzu gern doppelt gibt es keine doppelten naja ist jetzt auch egal also ein straßenbahndepot sieht natürlich anders aus ist klar dann mache es doch mal hier hin kommen die nehmen wir mit machen hier eine wenderschleife hin und hier gibt es dann auch das depot und fertig das ist straßenbahndepot was das straßenbahndepot auch wie sieht denn das aus also nehmen wir mal das gut straßenbahn fährt von da darum da lang und wird dann hier hoch da weiter lang fährt hier weiter lang fährt da lang und dann hier noch um hier noch um geht das irgendwie ja also das kann da auch so direkt rüber fahren ok so haben wir erstmal also strom brauchen ja 30 kmh 50 kmh was ist das 90 kmh wir nehmen nur 50 kmh was ist das hier herrenkrug magdeburg was soll das sein 64 passagieren post ich hoffe ich muss jetzt nicht noch eine zweite dingens bauen das wäre richtig ärgerlich wenn ich jetzt hier auch noch dingens bauen muss auch schon neue haltestellen weil ich dachte da könnte man die anderen mit benutzen ob der jetzt hier lang fährt ist die nächste freie oder das können wir mit weg punkten wenn regeln hier noch gut so jetzt haben wir hier tolle passagier locks ok die sind wohl noch nicht so weit entwickelt kann das sein erste und zweite klasse zweite klasse spielt das eine rolle halt länge 2 ich glaube das kriegen wir überall hin oder dann brauchen wir eine straßenbahn neue linie ok das hat gut geklappt das war jetzt interessant spielstand wollte ich nicht ich wollte eigentlich nur den namen her ändern ok das war es wohl nicht also irgendwas passt da jetzt gerade nicht fahrplan nochmal so hinzufügen ist ja schon mal richtig ich glaube das ist schon wieder eine andere haltestelle da ist auch eine andere haltestelle hier kommt da nicht vorbei andere haltestelle andere haltestelle ist das hier unten eine haltestelle oder ist das hier oben ne ist da oben ok da und dann fängt er wieder da an ist eine neue linie linie 36 radolfzell enter enter schließen straber radolfzell steht da und starten wir die ich habe keine ahnung ob das funktioniert verlässt depot schon mal kann 72 leute fahren fährt jetzt da lang sehr interessant hier wartet gerade keiner dann schauen wir mal ich hoffe die fährt in der mitte durch bei den anderen wagen vorbei ah ein passagierer ist drinnen oder ne der wartet gerade aber der ist noch nicht drinnen nein der kam zu spät ok der tuk tuk da ist natürlich dann falsch ne wenn ich das so sehe da brauchen wir nicht drüber reden jeder bus überholt den oder wie sehe ich das wäre jetzt interessant wenn er die anderen hier überholt dann gewinnt er ja wieder ne ja leider sind noch straßenbahnfahrzeuge wohl nicht integriert ne und so wie es aussieht darf er an den anderen dran vorbeifahren dann ist es ja gut oder er hat jetzt acht gäste geladen sehr gut dann könnte es funktionieren oder achte aber fährt weiter am markt hat er glaubt nichts eingeladen ist da die frage ok 36 da hat es was gebracht aber da ist der halt wahrscheinlich zu kurz ne tippe ich mal drauf da ist der halt lang genug glaube 72 jetzt ist er voll wo ist denn die Moorgasse da oben irgendwo oder Moosgasse nicht Moorgasse Moosgasse ja die ist da oben also er fährt jetzt die nächsten zwei Halter an die leider ja für uns nicht mehr relevant sind dann an der Klosterbauerei steigt einer aus aber das ist dann erst auf dem Rückweg ne ja ok wenn du da mehr machen willst dann musst du da natürlich mehrere Fahrzeuge drauf packen das heißt wir können keine so eine Linie machen mit Schleife und zurück weil das funktioniert dann wieder nicht Signale habe ich da auch nicht gesehen oder man müsste Signale von der Eisenbahn nehmen wenn das geht aber das weiß ich nicht ist dem so ich glaube ja ne dann würde das bedeuten das Signal würde hier stehen würde da rot bedeuten und er kann nur da lang weiter fahren und und ja hier wäre das dann da geht nicht jetzt wird schwierig Auswahlsignal ich müsste jetzt so ein Einbahnstraßenschild haben aber ich glaube das ist so ein bisschen schwierig hier ne ach das Langblocksignal das wäre es hier Vorsignal 2 Block ich glaube das musste da hin ne ja weiß ich jetzt nicht das müsste man mal austüfteln streckensignal vorrang ich glaube ein Einbahnstraßensignal Richtungssignal halt vielleicht das das könnte sein aber das würde jetzt nicht hier lang gehen sondern das müsste da lang gehen ich glaube da darf man jetzt nicht rein von Emo so rum fahren ne kann sein das so rum richtig wäre schwierig ich glaube so ne wo ist die Stram da fährt sie jetzt zurück sie ist auf jeden Fall wieder voll ne in der Hinsicht tut sie sich rentieren wenn dann so ist wo fährt sie jetzt hin Moosgasse Linientalstraße also 24 ok das passt auch und überholt den ganzen anderen Verkehr das ist ihr Vorteil ja weiß ich jetzt nicht ob das der Bringer war also wenn dann nur in dem Sinne dass wir vielleicht hier nochmal so ein Teil da auf die Strecke bringen ne Fahrplan Straba Radolf Zell und starten gucken verlässt Depot fährt da lang wäre schon mal richtig wo ist die andere jetzt muss hier irgendwo sein ja da ist er die lädt jetzt hier einen ein oder ok der ist drinnen jetzt müsste sie bis zum Signal vorfahren und da warten wenn die andere hier ist darf sie fahren oder wie ist das aber das bringt uns alle nichts wir brauchen wenigstens eine Ausweiche dass das einigermaßen funktionieren würde ok wo baust du die Ausweiche hin gute Frage ne die müsste ja hier irgendwo sein die müsste ja hier irgendwo sein die müsste ja hier irgendwo sein äh Straba ist da 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 müsste ich jetzt ganz viel abreißen ne da müsste ich jetzt ganz viel abreißen ne hier würde es irgendwie gehen oder dafür müsste ich das jetzt weg haben ne muss ich nicht quatsch aber das ist zu schmal weil ich da kein Schild hinstellen kann super das funktioniert nicht das bedeutet wir müssen doch hier was abreißen aber wir können da weiter fahren fahren dann so oder fahren dann so oder das bedeutet jetzt brauchen wir das Warnsignal hier geht es nur da lang geht nicht ok dann ist ja voll doof wenn es da kein Schild geben kann hier wird es dann auch irgendwo kein Schild geben können kann er sein doch geht das ist so rum und das ist so rum ich hoffe das war so richtig so jetzt schnell gucken wo sind sie hier die ist da und die ist da ok die tuckern noch gleichzeitig da rum das könnte jetzt gleich dann irgendwo nicht mehr funktionieren oder die fährt auf jeden fall geradeaus sollte sie nicht tun ok sie hat jetzt erst erkannt dass sie da nicht lang fahren darf oder wie sehe ich das jetzt wird es ernst die fährt noch und die warte auf freie strecke dann fährt die zuerst da lang ok weil die das schon reserviert hatte und die hat zu spät erkannt kann er sein na dumm gelaufen ok dann werden wir das gleich erleben ob das so geht jetzt müsste sie rechts abbiegen macht sie auch strike sie hat überholt sie hat grün gekriegt hier schon auf dem streckenabschnitt ok die fahren ein bisschen durcheinander aber ist halt so und die darf jetzt weiter fahren oder ja macht sie auch ok fährt jetzt da hoch ja sehr gut sie hat rot wartet keine ahnung wie lange warte mal da könnten wir jetzt was tun wieder mit dem bahn signal dass sie weiter fahren darf so dann kann sie weiter fahren kann sie weiter fahren kann sie bis dahin weiter fahren hier geht ja sowieso kein signal hin da geht es aber auf jeden fall auch so dann sind da einige sachen die gehen hier geht es nicht hätten wir festgestellt hier geht es auch nicht weil das einmal an straßen ne das steht da nicht aber doch hier steht irgendwas gut dann haben wir das verstanden auf jeden fall so dann können wir da auch ein stück weiter fahren oder die schleife da unten ist natürlich nicht so groß die juckeln wo juckelt sie denn jetzt lang ok dann ist das halt so weiß ich jetzt auch nicht warum sie wieder zurück quert das ist jetzt die da hinten und das ist die strahlbarer auf zell sind sie beide ja verfolgen die jetzt mal und machen wir grad schneller die fährt da lang überall fährt dahin 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 und da muss sie warten bis die andere kommt kann dann durchfahren die andere zu bild gleich hinterher ne das passt da wartet sie bis der gegenverkehr kommt passt ja soweit wie sie aussieht ist alles richtig glaube hier unten muss sie gleich wieder warten bis die andere da ist aber das ist halb der welt gut ok ich glaube das hat erstmal geklappt ne geld macht sie geld macht sie also ist alles gut jetzt muss man dann überlegen welchen bus kannst du rausnehmen dass der dann nicht mehr lang fährt ne also hier muss er jetzt eigentlich kein bus mehr lang fahren dann das ist gerade diese haltestelle ne verbindung der stadtbus radolfzell 6 der muss jetzt die linie geändert kriegen und dafür wie heißt diese haltestation lotstraße braucht er nicht rein markt lotstraße stop linie ändern da müssen wir hin rotstraße kann raus löschen können wir einmal hier auch noch löschen so dann fährt der bus da nicht mehr rein das ist die frage die müssen da ja auch nicht mehr fahren ne und die da müssen auch nicht mehr fahren ne verbindung stadtbus radolfzell 2 kannst du eigentlich auch rausnehmen und das ist moosgasse da löschen moosgasse dann löschen wir auch noch die lilienstraße fast post wird natürlich da nicht abgeholt das war jetzt nicht so die idee ne ja das heißt bedeutet dann wiederum auf diese linie muss definitiv auch noch ein postfahrzeug drauf aber um die sache kümmern wir uns in der nächsten folge weil wir mal gerade eben wieder schon fast eine halbe stunde voll haben simutrans raubt einen die zeit aber das ist ein cooles spiel halt ne ok dann würde ich sagen recht herzlichen dank fürs zuschauen würde mich freuen wenn ihr das nächste mal auch wieder mit dabei seid falls ihr noch keine ohr habt macht eins falls euch die folge gefallen hat gebt einen daumen hoch macht euch die glocke an damit wir das nächste video hochladen gerne kommentare schreiben und auch gerne das video auf anderen kanälen teilen wir sehen uns in der nächsten folge bis dann ciao